Ich war eben auch öfter auf der Plattform Patagonia Actionworks, um einfach mal zu schauen, was gibt es denn so für Events oder für Aktionen in der Nähe. Also in der Natur zu sein, bedeutet für mich ganz oft anzukommen und einfach so zu sein, wie ich bin. Und für mich ist es unglaublich wichtig, mich dann auch als Mensch dafür einzusetzen, dass wir unsere Umwelt schützen, weil sie uns einfach so viel gibt. Vielen Dank.